Als Kind hatte ich immer Albträume. Es ging immer um das gleiche Ding. Welches Ding? Marianne. Sie ist eine Hexe. Sie verdirbt deinen Körper, dringt in deine Seele ein. Ich schreib Bücher, um gegen sie zu kämpfen. Wie kann Lizzie Marianne loswerden? Ich weiß nicht. Sie war von Anfang an in meinem Kopf. Ich warne dich. Ich werde dich bestrafen. Die Versprechen, die ich gebe, halte ich immer ein. Ich warte ab. Untertitelung des ZDF, 2020